Pessneck in Thüringen im Jahr 1955 Der rote und schwarz-rot-goldene Flaggenschmuck tritt hinter die Vielfalt der natürlichen Farben zurück, mit denen die Gartenschau Besucher anlockt. Die Begegnung zwischen diesem pfeiferrauchenden Alten und dem jungen Blumenverkäufer ist zweifellos gestellt. Aber das hier ist echt. In einer Gesellschaft ohne allgegenwärtiger medialer Beschallung beschäftigen sich Kinder wirklich noch auf dem Spielplatz. Und einigen scheint es sogar Spaß zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020